Was in der Zwischenzeit geschah. Was in der Zwischenzeit. Was in der Zwischenzeit. Was in der Zwischenzeit. Eine AK-74 oder? Nee AKM. AKM? Gibt's nicht. Wieder? Ja. Keiner Schuss. Wir schossen. Ich bin der Zwischenzeit. Ja. Bleib doch nicht stehen. Ich bin der Zwischenzeit. 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 Nix. Hä? Oh, ruined, die Jacke. Kann ich's nicht benutzen, oder? Kannst du ausprobieren. Ich bin mir doch nicht sicher, ob die zerschneiden kannst. Nee, geht nicht. Er hätte keine Bandagen, das gibt's doch nicht. Ja, muss ich mich ausloggen, musst du mich saven, komm. Ah, logg mich aus. Doch, hier ist irgendwas. Irgendwas konnte ich da nehmen. Eine Bandage. Go, 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 go. Hä? Wie? Kannst du irgendwo nehmen? Irgendwas war da. Irgendso ein Cape oder was weiß ich. Cap. Echt? Ja. Also ich hab schon öfters mal versucht, Mützen oder sowas zu zerschneiden. Oh. Aber das ging nicht. Ich bin doch energized. Hä? Oh. Ich lauf gleich irgendwo rein und töte mich. Lachend in ne Kreissäge. Bandagen verbrauchen sich ja gar nicht mit einem Mal. Ciao. Ich hab meine Bandage hier doch noch. Maul. Oh klar. Oh, yeah. Oh. 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 Oh, oh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah ne, ich glaube, die ist lost. Ja, ist doch jetzt SKS für mich auch wieder. Naja, die Spawn kann sie ja nicht so ein. Ja, aber ich weiß halt nicht mehr, wo ich gekämpft habe und wo ich die hingeschmissen habe. Weiß ich nicht. Ich bin halt weggerannt von Military Base und war halt oben auf dem Berg wieder und hab da dann Zombies gekämpft. Und da irgendwo, wo ich die Axt gezogen habe, hab ich sie halt dann fallen lassen. Ich weiß nicht mehr, wo genau das war. Schon ziemlich weit weg, wo wir hier gewesen wären. Ja, ich weiß es echt nicht mehr. Die Zombie-Leichen sind halt auch schon gespawnt. Deswegen kann ich das nicht mehr nachvollziehen, wo das war. Da! Ne! Das gibt's ja nicht. Ich wollte gerade aufgeben. Beim Vorbeirenn gesehen. Ja, perfekt. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir hocken vor Lopatino und gehen jetzt rein. Bis zum nächsten Mal. Essen am Brunnen. Picknick am Brunnen. Erstmal links fahren, oder? Der Brunnen ist rechts. Der Brunnen ist rechts. Neben der Kirche, rechts, ist der Brunnen. Ah stimmt, ja. Und dann geht's wieder in den Kampf. Oder ins Kampfgebiet. Ach, wie das aussieht mit der Skorpion. Ja, wieso? Voll witzig aus. Du rennst, wenn du rennst damit. Okay, mach die erstmal. Ich sichere wie immer erstmal ab. Ich mach mal das Zombie-Tier hier weg. So. Ich schmeiß die mal hin. Wir nehmen. Eine Flasche. Ach, scheiße. Ach, scheiße, die Kiwi. Jo, hab ich. Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal war ich auch ein bisschen unglücklich, dass ich nur irgendwie einen neuen Schuss hatte oder so. Das ist auf jeden Fall auch Geschichte. Ein volles Dramm-Mack. Und nochmal fünf Schuss. Ein bisschen hab ich Michi abgegeben, weil er eine Mosin hat. Und alle haben auf jeden Fall Waffen, die... mit genug Munition. Das heißt, daran sollte es nicht mehr scheitern. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. So. Na Falle, dann mach ich noch. Das dürfte auch nicht so viel brauchen. Vorhin war ich ja noch. weiß nicht Äpfel brauche ich auf jeden Fall noch habe ich keine mehr oder ein paar nur noch ich habe mir nur zwei Stück mitgenommen obwohl ich habe eigentlich Reis habe ich noch fast komplett und zwei Kannen Peaches das sollte eigentlich reichen noch zwei Äpfel Ah passt geh mal rein geh mal rein rein in den Kampf ach ne ne SKS hast du ja Michi ne oh tschau jetzt ist bei mir abgekackt tschau so back in business ihr seid bei den Apfelbäumen jetzt oh ich habe Apfelbäume gesagt ja ok rate ich hier auf den Hügel es hat sich wieder gefangen so warte mal halt dieser Trick ist der Hammer das ist mal hier ah ja ach es bringt in der Aufnahme nichts aber mir bringt es was welchen Hügel bist du? direkt Richtung Airport ne ein bisschen weiter links bin ich links neben dem Haus ja da hat der nächste gestratzt ich geh nochmal ein bisschen nach rechts und guck mal ob der Heddy da hinten ist ne ne sieht nicht so aus ne das will man schon sehen ok ein bisschen links halten ne ne ja genau ok ok der eine Spieler der mir der Smash West zerballert hat war auch hier im Cyber war auch Population Nova so wieso ist alles nichts heißen ne I'm excited I'm very excited Boah das ist berghoch René das kotzt mich immer wieder an hehehe das ist so fährend ne es ist halt schön immer im zickzack laufen ja ja in echt mach ich das auch immer so das ist besser mhm hehehe oh oh ja 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 jetzt hinten sind glaube ich schon die Bäume des Airports drin im Horizont zu sehen die was? die Bäume des Airports und diesmal renne ich nicht weg wenn ich ein Spiel da sehe auch wenn er früher schießt ist mir egal ich geh jetzt volle Kanne rein sonst renne ich nämlich immer weg hier hoher spring mal naja hab ich ja wo ist Michi hä achso hinter mir ist keiner doch ich bin hinter dir ja nee hinter mir ist keiner wo ist Pal der jetzt hin? hier hinten schon Michi schaue nämlich rechts von den Bäumen ich vernehme ich rechts von den Bäumen Schreitseerig. Irgendwer steht da noch? Habils steht noch. Huch! Weg sind wir. Da das links auch einer ist. Was? Gibt gleich Essen. Scheiße. So, ja, ne. Musst du hier auf dem Feld sein, ne? Gulasch. 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 Aber mir rummelt's auch. Durch's Zub, ey. Mit Maggi. Maggi? Maggi. Allah. Oh, Bro, ich hab's rausbekommen. Ich nicht. Das kriegen wir wieder weg. Allah. Habt ihr auch Ferngäser mit? Ich hab mein Visier von der Waffe. Ich hab Binaculars mit. Ja, genau. Alias Fernsehgläser, ne? Fernsehgläser, ne? Fernsehgläser. Ja. Oh. Ciao. Okay, jetzt wird's spannend. So langsam. Was ist eine Kuhherde am Straten. Was ist eine Kuhherde am Straten? Ne, theoretisch als der Koning könnte. Theoretisch nicht unmöglich. Praktisch weiß ich das nicht. Der traut sich nicht. Der ist tot, bevor er tot ist. Gut, äh. Gut stehen. Hm. Ich weiß noch, wo ich mit euch das letzte Mal hier, das allererste Mal hier war. Haben wir auch so taktisch gemacht, rausgelaufen, alle abgebratzt. Super. Erstmal erholen, wa? Ja. Das Ding ist, hier in dem Spiel kann man den Atem nicht anhalten, sondern der reguliert sich wirklich von diesem Rennen. Das heißt, wenn du ganz ruhig bist, dann ist das Zielfernrohr auch ruhig. Du kannst auch Luft anhalten, ne? Ach, das geht auch. Also ich wüsste nicht wie. Auf jeden Fall. Ich weiß auch grad nicht mehr, welche Taste das war. Okay. Dann mal voran. Was wird diesmal passieren? Ah. Hm. Die Sonne ist natürlich wieder richtig schön ungünstig. Sonne. Ich seh auf jeden Fall keine Bewegung, aber ich seh auch keine Zombies. Doch da ist einer. Oh, oh. Komischer. Oh, oh. Oh. Ich bin wirklich angespannt, ey. Ich würde sagen, komm mal schon mal hin zum Mauer. Ich würde sagen, komm mal schon mal hin zum Mauer. Die Sonne nervt. Ah, das sieht aber gut aus, da hab ich den Zombie hier drin gelaufen. So. So mal hinten ab. So Richtung Eingang. Nee. Scheint alles ruhig zu sein. Okay, das sieht gut aus. Ja, wohin. Hier, mal rum, rum, rum. Glaub ich. Ne? Ja. Das ist bei Michi. Aber eben ist er weggelaufen. Oh. Bei der Straße ist noch einer, der kommt auch noch zu dir. Ja, Michi, pass auf. Nee, komm zu mir. Oh, bleib doch nicht stehen. 545 Munitione. Sehr gut. Oh, ist auf jeden Fall eine Waffe. SKS. Nein, brauchen wir was. Brauchen wir nicht. Hier gibt's wie Sand am Meer. Gut. Haben wir auch noch eine in Reserve. Ein Zelt. Glaub ich. Obwohl, ne, hab ich sogar weggeschmissen. AK-74. Echt? Bei dem Netz. Da, Netz. Ich will erstmal oben und heute erstmal ein bisschen ausschauen. Oh, oh, oh. Ja. Äh. Ja? Was wir gegenseitig hauen. Beim Bluten. Und bin ich schon. Oh. Oh, oh. Ich hab den Zombie reingeschlichen. Zwei sogar, alter. Oh. 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 Papier. Brauchen wir mal ein Papier. Irgendwärme neben mir. Zelt. Geht zum Zelt. Okay, lass. Ah, AKS damaged. Michi hat Schnipperpositionen bezogen. Entdeckt uns im Rücken. Ah, hier ist es auch schon wieder ziemlich leer gelottet. So gefährlich auf jeden Fall. In dem Bunker jetzt auch nicht viel liegt. Ne, liegt auch nicht viel. Also hier könnten echt noch welche sein. Ja, obwohl... Ja, doch. Hier ist noch ein Rucksack, 28 Plätze. Und wer einen kleineren hat. Oh, 28. Also die Container sind leer. Oh, 762 mal 54. Ja, unser Zelt wurde auf jeden Fall leer geräumt. Unsere ganze Zelt, eine Muni ist weg. Aber nicht so schlimm. Passt schon. Ja, und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, aber falls wer einen Trick weiß, den Handguard hier bei AKM auszutauschen, wäre cool. Also mit sprayen, unsprayen funktioniert es nicht. Und ein Doppelklick drauf zum in die Hand nehmen geht auch nicht. War schon jemand da hinten links? Ne. Oh, hier liegt echt wenig drin, ne? Das ist echt, äh... Du nimmst ein Zombie? Okay. Ah, cool. Hier liegt noch so ne... ... Was ist das denn? Okay, hier oben auf dem Turm ist nichts. Das ist nämlich eigenartig. Ah, hier liegt allgemein nichts. Zu wenig rum. Na, hier auch komplette Zelte leer. Das ist echt ungewöhnlich. Also hier muss auf jeden Fall vor kurzem irgendwer gewesen sein. Aber ich hab richtig viel Muni gefunden, Michi. Schwierbar 48 bei dem zweiten Drum-Magazin. Hier ist ein Magazin für dich, Tabels. Okay, das ist schon heftig. Ah, wo du bist? Äh, du bist... Ja, hier, genau. Bei den Hackern, äh, warst du ja auch noch nicht, ne? Ne. Aber warte noch, bevor wir da hin aufbrechen. Dann sammeln wir uns vorher. Wir haben uns grob gefunden. Welche Qualität? Äh, Worn. Oh, sehr gut. Das ist, äh, geil. Meistens sind immer nur Damage und dann kann man sie echt nicht mehr gebrauchen. Und so gesprungen sind. Und nur im Flashlight auch Worn. Perfekt. 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 So, wo treffen wir uns? Wir haben uns vorne, würde ich sagen. Arka ist Woodstock. Pristine. Okay. Ich kann so auf jeden Fall nix sehen. Ich kann so auf jeden Fall nix sehen. coher. MJ